An der Gustav von Schmoller Schule in Heilbronn engagieren sich SchülerInnen nicht nur im Unterricht, sondern auch für eine nachhaltige Zukunft. Mit Unterstützung von Lehrkräften gründeten sie die Juniorenfirma Fair Commodity für den Vertrieb eigens bedruckter Waren. Einige der Produkte sind dabei gleich dreifach nachhaltig. Fair produziert, aus Biobaumwolle und CO2-neutral in der Herstellung. Die Verantwortung für den Betrieb der Firma tragen die SchülerInnen selbst und ihr Fortschritt kann sich sehen lassen. Nach zwei Geschäftsjahren existiert ein eigener Webshop und die sozialen Kanäle Instagram und TikTok werden aktiv für die Vermarktung genutzt. Sogar auf der Fair Fashion Week in Stuttgart war Fair Commodity vertreten, um das Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu schärfen. Bei Fair Commodity geht es nicht um die Kernprodukte, sondern auch um die Ausbildung verantwortungsbewusster Menschen. Ende der Fair Swann Event Langsamer Fluss 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 Fluss